Herzlich Willkommen zur Börsekonferenz. Ich bitte um ein bisschen Ruhe, danke. Zum Spiel des FC Lomburg gegen Moratia Worms entstand 2 zu 1 vor 874 Zuschauern. Ich grüße beide Trainer bei mir. Zoweit ist Steven Jones und unser Trainer Jens Kiefer. Und dann bitte ich Sie auch gleich um Ihren Platz zu spielen. Also Glückwunsch, FC Lomburg, Jens, zum Sieg. Fühlt sich beschissen an, wenn du mit einem Mann weniger gegen einen sehr guten Gegner auswärts in der 90. Minute verlierst. Fühlt sich sehr ärgerlich an, sehr sehr bitter, weil die Jungs haben großartig gekämpft. Für mich die Schlüsselzähne, die gelb-rote Karte. Weil die erste Halbzeit ging an Homburg, folgerichtig 1-0 Führung gegangen. Zweite Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, wollten Fußball spielen, mutiger rausgehen. Ich hatte den Eindruck, dass wir sehr gut in der zweiten Halbzeit waren. Dass wir gut Fußball gespielt haben, folgerichtet auch einen Ausgleich erzielt haben. Dann ist ein bisschen Hektik im Spiel aufbekommen. Was die Schmied junger Spieler schon gelb vorbelastet, muss in der Situation einfach vielleicht ein bisschen cleverer sein. Ich weiß nicht, ob das eine gelb-rote Karte ist. Also im normalen Spielverlauf, wenn keine Hektik ist, glaube ich, ist es keine gelb-rote Karte. Aber es war Hektik. Er kriegt gelb-rot, dürfen wir uns nicht beschweren. Dann war es klar, dass Homburg mehr Ballbesitz haben wird, dass sie mit vielen langen Bällen kommen werden. Immer wieder über die Flügel geduldet mit ihren großen Spielern. Wir haben es gut gemacht. Und dann fällt in der 90. Minute der Ball hinten rein. Die müssen wir so nehmen. Tut weh. Aber nochmal Glückwunsch an den FC Homburg. Jens, jetzt habt ihr einen Lauf, kann man so nennen, oder? Wenn man, glaube ich, jetzt aus sechs Spielen fünf gewinnt. Dir alles Gute, euch alles Gute. Bis Rückrunde in Wormsland. Danke. Jeder wird ja auch merken. Vielen Dank. Danke, Steven. So beschissen, wie es sich für meinen Kollegen anfühlt, so gut fühlt es sich für uns natürlich. Wir sind natürlich sehr glücklich über den Sieg. Ich glaube, im Endeffekt war es ein verdienter Sieg, weil wir einfach die Mehrzahl an Chancen im Spiel hatten. Gerade auch in der ersten Halbzeit. Wir haben eine gute erste Halbzeit hingelegt, oder zumindest eine gute 30, 35 Minuten. Das hat die Mannschaft hervorragend gemacht. Wir haben da angeknüpft, wo wir die letzten Spiele aufgehört haben. Und, ja, kommen aus der Halbzeit raus, haben wirklich dann das Spiel aus der Hand ein bisschen gegeben. Wir sind dem Ball mehr hinterhergelaufen, als wir ihn hatten. Das war so nicht vorgesehen. Bekommen es 1-1. Ja, ärgerliche Situation halt. Wahrscheinlich Fraul beim Freischof. Aber lassen wir da hingestellt. Wenn man gesehen kann, kann man locker drüber weggehen. Anders wäre es bitter gewesen. Aber wir bekommen dann die Überzahl-Situation. Und in die Überzahl haben wir dann eigentlich direkt mal noch Fischer vorne reingeschmissen. Mit Kai Hesse wollten viel, viel mehr über die Außen spielen. Wir wollten viel, viel mehr Flanken, viel, viel mehr Druck von außen aufbauen. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Wir haben, glaube ich, drei Situationen dann in den 16er bekommen, wo drei gute Flanken bekommen sind. Und von denen waren dann direkt auch zwei sehr, sehr gefährlich. Und dass es dann der 90. klappt mit Jerry Steinmetz. Den, ich glaube, ich nicht nur, sondern die Mannschaften und auch alle das Tor ganz besonders gönnen. Weil er, ich glaube, eine fantastische erste Halbzeit gespielt hat. Mit ein paar überragenden Szenen. Und ja, verdient. Trotzdem glücklich, wenn es in der letzten Minute ist. Und ja, ich hoffe, dass es die nächsten Wochen so weitergeht. Wir haben eine ganz, ganz schwere Woche vorher vor uns. Ich habe der Mannschaft gesagt, Sonntag, Mittwoch, Pokal, Freitag in Waldorf. Das ist nicht so einfach. Und den ersten Teil haben wir ja gut gemeistert. Ich hoffe, er uns unterstützt. Jeder so weiter, wie es heute auch getan ist. Schraubt am Stand von 1-1. Und dann werden wir die Woche erfolgreich überstehen. Vielen Dank. Dankeschön. Fragen werden Sie bitte? Ja. Dankeschön. 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 Völlig überraschend, dass Schmidt noch so einen raushaut. War da der Gedanke auch vielleicht nicht nur umzustellen, sondern auch auszuletzen. Ja, man muss Folgendes sehen. Wir haben das komplette zentrale Mittelfeld verloren. Ich denke, dass die Jungs das super gemacht haben. Gerade Bernie Himmel für den vor ziemlich ungemein. Der hat die Alternativen im zentralen Mittelfeld nicht. 90 Minuten durchgewiesen. Hat ein gutes Spiel gemacht. Aber wir wollten dann einfach, in der ersten Halbzeit wollten wir gut gegen den Ball arbeiten. Erst mal reinkommen in das Spiel. Und dann wollten wir, das was uns eigentlich auszeichnet, mehr Ballkontrolle, mehr Fußball spielen. Da war dann Alain Stuhlin der geeignete Spieler. Deswegen der Wechsel dann. Guckt ihr die Bank an. Also so viele Alternativen hatten wir nicht. Und deswegen war es dann folgerichtig, dass Basti Schmidt, der immer mit 100% spielt, dann Linksverteidiger spielen muss. Ja, du sagst es war absehbar. Ich sag es war sein zweites Foul. Und nochmal. Es muss eine ungelegene Geld betaten und dann nach sich ziehen. Weitere Fragen? Erst nicht, bleibt frei. Dann wünsche ich unseren Gästen noch ein gutes Heimweißen. Alles Gute weiterhin. Und Ihnen allen noch einen schönen Westsonntag. Danke.